Seit über 140 Jahren befassen sich die Unternehmen rund um die Blumer Lehmann AG mit dem nachhaltigen Werk und Baustoff Holz. Die Firma vereint traditionelles Handwerk im Holzbau, gekonnt mit Hightech. Mit zahlreichen realisierten Projekten im Industrie- und Gewerbebau, Wohnobjekten, öffentlichen Bauten, Landwirtschaft, Tourismus und Gastronomie setzt Blumer Lehmann neue Akzente in Holz. Zusammen mit Architekturgrößen wie Shigeru Bern, Foster & Partners oder Herzog & Demeron konnten eindrucksvolle Projekte im In- und Ausland umgesetzt werden. Die 250 Mitarbeitenden und 16 Lernenden bieten mit Kreativität und Leidenschaft umfassende Holzbaukompetenz aus einer Hand. Von der Beratung und der Projektleitung bis hin zur Produktion und Montage. Bei Blumer Lehmann steht das Denken in nachhaltigen Kreisläufen im Zentrum. Holz, welches nicht für den Bau verwendet werden kann, wird zu Pellets gepresst oder im eigenen Biomassekraftwerk für die Produktion von Wärme und Strom verwendet. Innovation und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette und die starke Verankerung in der Region zeichnen die Blumer Lehmann AG aus.